Wir sind die Lischkapelle. Wir sind ganz froh, dass wir hier ein Programm noch mal hier entwerfen, weil bei uns jetzt die Erinnerung auch schon etwas bleibt. Ich glaube, wir haben eine etwas vorgewöhnliche Besetzung heute bei uns. Wir sind normal eine Band, die zwei da drüben und ich gemeinsam mit einer Sängerin, die sich hierhin gegen die Mafia kämpft. Die ist gerade im Urlaub. Wir haben den Sängerin als Special Guest eingeladen und unsere Mitbewohnerin Katharina Amas. Zwirtlana. Genau. Da haben wir jetzt ein halbes Besuch. Bei uns vielleicht stimmen wir da doch viel zu furcht. Ja. 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 Musik 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 Musik